Grüßt euch, bei mir sitzt der Matthias. Servus Matthias. Servus. Matthias besuchen wir jetzt deine Traumfrau. Genau. Magst du erst einmal ein bisschen was von dir verraten? Genau. Also ich bin der Matthias, bin 21 Jahre alt, komme aus Bayern, komme auch von einer kleinen Landwirtschaft raus, bin fleißig und suche einfach eine Frau, die dazu gehört. Abweist du noch in der Landwirtschaft? Nein. Was machst du in deiner Freizeit? Ich habe sehr viel Arbeit nebenbei, weil ich sehr viele Akkordflaschen tue. Also es gibt wenig Freizeit und Freunden habe ich auch keine. Und jetzt sucht man eine Frau für dich, mit der du deine wenige Freizeit teilen kannst? Genau. Wie stehst du denn deine Traumfrau vor? Die soll einfach dazu passen, so dass ich keine 1,5-Doppelzenten noch habe, sollte einfach schmeinig sein. Und so vom Ausschein her aus kein besonderer Typ, sportlich? Ja genau, sportlich. Vom Charakter her lieber ruhige oder lieber ausgeflippte? Ja, die brauchst du eine, die ein bisschen Dampf hat, die mich ein bisschen zurückhalten tut. Okay. Die, die dagegen angekommen gegen dich? Genau. Gibt es irgendeine Charaktereigenschaft, die du an einer Frau überhaupt nicht erpackst? Ja, wenn es immer im Mittelpunkt stehen mag, das ist Sachen, die pack ich überhaupt nicht. Okay. Wenn du auf eine erste Steak gehst, wie würdest du das machen, wie würdest du das vorbereiten? Oh weh. Wie würdest das bei dir ausschauen? Mei, am besten wird das Geidmundenfest. Da ist was los. Dann würdest du das gleich mitnehmen. Ja klar. Voll dabei. Alles klar. Super. Wenn ihr euch kennenlernen wollt, dann meldet euch bei ihm. Führt euch. Herzlichen Dank. Genau.